hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge 3 und jetzt muss ich mal gucken ach ja wir wollten ja doch so das wäre dann in diese richtung tag gerade ein bisschen die erste aufnahme für heute eigentlich wollte ich hier schon seit stunden seit stunden aufnehmen warum hat er jetzt gerade angehalten warum hält er denn da ein aber irgendwie war heute so der wurm drin zeigt mir was du zu bieten hast ich glaube ich bin ein bisschen verhüftet das war natürlich gerade so jetzt sammeln wir das alles mal ganze pflicht auf ich finde es schön da sind hier noch immer leid es gibt kikimoa kikimoa oh kok man hier Also wenn man hier nicht nur mit die Hexersinne rumrennt, finden wir hier nix. Ist die Tür überhaupt hier unten? Oder habe ich wieder... Hier sind eine ganze Menge Viecher. Aber das wurde mir doch hier angezeigt, oder nicht? Alter, warum brennten die da? Alter Falter! Hier sind wir voll dabei. Da sind wir dabei. Kikimora Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Sehr gut. Von wo sind wir denn jetzt gekommen? Oh, 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 okay. Eid in Schriftform. Ich, Aubin, Rodier im Wappen der Lerche. Nee, was? Im Wappen die Lerche schwöre hiermit feierlich, die Bestien in den Höhlen des Marques Händwalds mit eigener Hand zu erschlagen. Dies werde ich vollbringen oder beim Versuch sterben. Bei meiner Ehre. Ich werde nicht vom Schlachtfeld fliehen und mich keiner Trickserie bedienen, sondern tapfer und mit offenen Visier kämpfen. Ich bekräfte meinen Schwur mit diesem Dokument in Gegenwart von sieben Zeugen. Aubin, Rodier vom Lerchenwappen. Tja, hat ihm nix genutzt. Tja, ist ja tot, ne? Was soll man sagen? So, wir sind Flügel von Daik gekommen. Oh, verwies das Fleisch. Guck mal, überhaupt hoch. Jetzt sehe ich immer so eine Sache mit dem Hochspringen und Hochlofen. Alter Falter! Das ist ja... so heftig hier. So, wir haben es aber geschafft. So, 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 da. Umdrehen und wieder ins Loch fallen. Gucken wir mal. Hügel von Dünntünne. Dünntünne. Na, hier sind aber bestimmt wieder diese komischen... Ach, nee. Was jetzt, du steckst weg? Kikimora-Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Na ja, das hast du vorhin schon mal gesagt. Meine Rüstung ist kaputt. Ich habe eine kaputte Rüstung. Ich werde mich gleich drum kümmern. Da gibt es 100 Punkte für. Oder mal mitwilligen jetzt schon an der Tastatur. Erstmal gar nichts. So, wir brauchen eine Headsteady hier. Ich wollte gerade sagen, da habe ich da nichts dabei, womit ich den reparieren kann. Ich nehme erst mal das Anfänger-Rüstung-Set hier. Äh, Waffen... ...Operatur-Set. 95, passt schon. Passt schon. So. Ja, ich habe irgendwas im Auge. Eine Wimpern oder sowas. Ich habe sehr lange weibliche Wimpern. Ne, keine Ahnung. Äh... Ich hasse Wimpern im Auge, ey. Irgendwas im Auge ist furchtbar. So, jetzt hätten wir das Fragezeichen hoch. Dann können wir ja... Das sind Täti ja eigentlich. Hier wird mir ja auch eine Steine zeichnet. Nur mal gucken hin. Ah, da kommen wir... ...per Quest hin. Glaub ich jedenfalls. Da war nachher irgendwas mit einer Queste, einer Gegend. Na gut, dann werden wir erstmal diese andere Fragezeichen holen. Wir versuchen das Auge rauszupolen. Und ich versuche nicht irgendwo hierhin zu rennen. Angeblich ist der Hexe aus dem Norden ein abgebrühter Schlechter. Und? Sogar Könige hat er schon enthaumt. So drücke ich mich. Das war's auch schon. Dass du da für einen Mist nachplapperst. Ich bin mir nicht sicher, aber hat der Geralt in Teil 2 nicht irgendwie... Ich werde verrückt. ...die Hakt auf Könige gemacht? Ich muss unbedingt mal Teil 1 und 2 zu Ende spielen. Beziehungsweise Teil 1 zu Ende zu spielen und danach Teil 2 mal anzufangen. Aber immer noch nicht. Meine Knochen tun wieder weh. Oh, dann gibt es Regen. Draußen regnet auch. Vor allem habe ich mir erstmal Pennen gelegt, indem ich... Ach so, ich wollte ja noch... Warte mal. Optionen. Ich wollte mal bei Audio ranieren. Effektlautstärke würde ich doch gerne noch ein bisschen runter. Hier nur 25. Dass er doch beim Kämpfen mal relativ laut war. Ist das jetzt schon leiser? Ist mein Schwert auch kaputt oder was? Kikimora Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. So, alles klar. Hätten wir das hoch. Dann lunzen wir mal jetzt auf die Karte. So, wir hätten jetzt da oben noch ein Fragezeichen. Ah, guck mal hier. Da könnten wir nachher hier hin reisen und dann... ...für den Vorarbeiter des Steinbruchs. So haben wir hier drüben Rüstung? Ja, greifen Rüstung. Ach so. Reparieren wir mal gleich ein alt Schwertchen. 79. Ist ja nicht toll. So, alles klar. Dann werden wir da rüber und gucken, was da so los ist. Und mal sehen, was uns da erwartet am Anschlagbrett. Dann könnten wir eigentlich noch... ...noch eine Mission jetzt da machen. Die Mission mit dem Steinbruch. Ich mache mal einen großen Umweg. Ich möchte jetzt nicht gegen die Wölfe kämpfen. Du raufst ja gar keine Lust drauf. Das ist jetzt halt ziemlich ruhig. Ja, ist schon ein bisschen leiser geworden. Okay, also hier ist auf jeden Fall... ...irgendwas passiert in dem Steinbruch. Ich muss mich umhören. Die Leute hier wissen vielleicht mehr. Aber erstmal wollte ich ja ein Anschlagbrett. So, und geg mal, jetzt haben wir noch schon ein paar Fragezeichen mehr hier drumherum. Aber wir reden jetzt erstmal die Quest nach. Und horchen mal, was der zu sagen hat. Ich habe immer noch Atem. Oh, das klemmt aber so nach hinten irgendwie. Hinten im unteren Bereich. Die bauen hier irgendwo halt eine... Das ist doch eine Hand hier. Ein Waffenschmied. Hier und sonst nirgends. Wer eine komplette Ausrüstung kauft, kriegt eine Flasche Fiorano dazu. Du siehst mir nicht wie einer vom Steinbruch aus. Bedeutet das, wir kommen nicht ins Geschäft? Nein. Das bedeutet, du wirst hier kaum etwas finden, das du gebrauchen kannst. Ich habe nur Sachen für den Steinbruch. Hämmer, Nägel, Handcreme. Aber du kannst dich natürlich trotzdem umschauen. Bist du immer so freundlich oder nur mit dem falschen Bein aufgestanden? Ich bin auf der rechten Seite aufgestanden, wie immer. Mein linkes Bein ist seit dem Unfall gelähmt. Ich habe hier mal gearbeitet, im Steinbruch, bis sich auf einmal ein Stein gelöst hat und auf meinen Fuß gefallen ist. Oh, tut mir leid. Jetzt komme ich mir blöd vor. Ist schon gut. Unfälle passieren hier öfter. Das gehört dazu. Hin und wieder bricht sich jemand was, verdreht sich den Knöchel oder das Genick. Na dann doch, lieber das Bene, oder? Zeig mal, was du hast. Hat er irgendwas dabei, was wir brauchen könnten? Fistig? Nee, brauchen wir nicht. Ein Kupfererz, so weiter, alles selber. Brauchen wir alles nicht. Ja, das kann er hier haben. Dann kannst du das irgendein verschabelnden Handwerk Lassen wir mal was reparieren hier. Ich muss los. Bis dann. So, wo ist denn jetzt der? Komplettere Anrüstung kauft, kriegt eine Flasche Fiorano dazu. Der ist unten. Hier geht's runter. Welch eine ergiebige Lese. Wir müssen der Fässer verstehen. Verflucht und zugenäht. Ich will schlafen. Ich sag's dir mit den Fäusten. Deine Eier werden's verstehen. Wut? Oh, der steht im Dings. Im Stein. Was zum dreimal verfluchten Kuckuck ist denn los, Männer? Welche Plage? Das ist nur eine unglückliche Verkettung von Umständen. Zurück an die Arbeit. Wenn wir den Kopf nicht pünktlich liefern, reißt der Investor mir die Eier ab. Sagst du das auch, Emils Witwe? Es war ein Unfall, dass er von einer Kuh erschlagen wurde? Das ist eine ernste Sache, Herr. Da muss ein Fachmann ran. Ein Magier oder so. Was ist denn passiert? Seht mal, das ist doch der Hexer, der neuerdings hier ist. Vielleicht kann der was machen. Einen Exorzismus vielleicht. Wir sollten ihn fragen, was er nimmt. Ich habe den Aushang gelesen. Ihr habt ein Kuhproblem? Ihr fürchtet eine Plage? Ja, ja. Und was das für eine ist. Wir müssen die Götter richtig sauer gemacht haben. In Sirikanien hat es Heuschrecken und Froschplagen gegeben. Bei uns hingegen haben sie gleich angefangen, mit Kühen zu werfen. Hä? Schluss jetzt. Kein Grund, Panik zu stiften. Komm, Meister Hexer. Ich zeige dir, worum es geht. Jetzt auch nicht mit der Kuh da. Die haben wir uns schon angeguckt. Da waren Kuhle. Alle Kuhle. Ja, das ist wirklich eine dumme Sache, von einer Kuh erschlagen zu werden. Eine Schande. Emil war ein guter Arbeiter. Ich habe ihnen gleich gesagt, es gibt eine simple Erklärung. Aber nein, sie schreien und brüllen von Plage und Plagenzulage und Gefahrenzulage und so weiter. Die ruinieren mich, diese Taugenichtse. Ich soll rausfinden, warum eine Kuh vom Himmel gefallen ist? Wirklich? Das auch. Die Sache ist die. Es hat sich keiner getraut, den Kuhkadaver wegzuschaffen. Und jetzt treibt sich irgendein Abschaum im anderen Steinbruch rum. Wir wagen uns nicht hin. Das überrascht mich nicht. Die Kuh. Wo ist sie hergekommen? Und was für eine Wahl ist. Na, eine ganz normale Gescheckte. Nichts Ungewöhnliches dran. Sie verrottet da drüben und stinkt. Und Emil liegt direkt drunter. Nimmst du den Auftrag an und kümmerst dich um die Sache? Also ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie ein Greif oder sowas die da fallen lassen hat. Was genau macht ihr hier eigentlich? Wir arbeiten an einer Statue des Propheten Majoran. Bildhauerei. Nicht die ganze Statue. Unsere Aufgabe ist der Kopf. Das Projekt lag jahrelang still. Aber jetzt setzt ein frommer Investor es fort. Alle Steinbrüche der Gegend machen mit. Und wir wären im Zeitplan, wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre. Bitte, Meister. Nimmst du dich der Sache an? Ich muss mehr über diesen Vorfall wissen. Hat jemand gesehen, was passiert ist? Nein, aber Geräusche gehört. Oster wollte nachsehen, wie Emil vorankommt. Da gab es mit einem Mal einen ohrenbetäubenden Rums. Und kurz darauf ist irgendwas in einen der Kräne gekracht. Das war bestimmt nicht die Kuh. Vermutlich nicht. Am Morgen wollten wir jedenfalls nachsehen. Aber diese Scheusahle haben uns ferngehalten. Seitdem steht hier alles still. Meister, bitte zaudere nicht länger. Nimmst du dich der Sache an? Wir müssen über meine Belohnung reden, bevor ich mich entscheide. Ah, falschen will er. Was nimmst du denn? Naja, was ist dir denn das wert? Also eigentlich müsste 411, müsste er sagen. Ja, aber es geht ja immer darum, dass er... Jetzt sagen wir mal 380. Du musst mit dem Preis runtergehen, sonst lohnt es sich für mich nicht. Ja, aber wenn ich dein Problem nicht beseitige, hast du hier ja keine Arbeit. Soweit musst du ja auch denken. Also sagen wir 370. Gut, aber das ist alles. Keine Boni, keine Trinkgelder. Verstanden? Gut, ich sehe mir die Sache an. Es könnte ein kaputtes Portal sein, aber das glaube ich nicht. Möge Majoran dich mit reichlich Nachwuchs segnen. Ich werde auf deine Rückkehr wagen. Naja, Rinderwahn. Auftrag Rinderwahn. So, untersuche den Kadaver. Wurde mal, wir müssen jetzt wieder nach oben und dann rüber auf die andere Seite. Behauptet, Graf von sowieso zu sein. Graf von Gobberwarth und Glibberschleim vielleicht. Das hat schon so ein bisschen was von CSI hier mit Geralt und so. Ich meine, er ist ja schon fast wie so ein Detektiv hier. Wunden des Arbeiters. Irgendwas schweres hat ihn erwischt. Er hat einen Schädelbruch, frische Fressspuren, Mikrophagen. Die haben ihn aber erst als Leiche erwischt. Bei der Leiche erfahre ich weiter nichts. Irgendwas schweres hat ihn erwischt. Das sind so eine Sachen, wo ich mir denke, denn so denken Programmierer darüber nach, was er da eigentlich fabrizieren. Weil wenn ich jetzt Geralt bin, sehe ich, dass auf diesem armen Kerl eine fette Kuh hängt. Da kann ich nicht sagen, hm. Irgendwas schweres hat ihn erwischt. Was könnte das wohl sein? Oh, da ist ja eine Kuh. Hä? Da sind so riesen Kratzspuren dran. Hast du gesehen? Habt ihr gesehen? So wie Krallen. Der Bauch ist aufgeschlitzt. Kaum Blut. Sie war schon tot. Das Herz hat nicht mehr geschlagen. Bisswunden. Klein allerdings. Offenbar von Mikrophagen. Die haben das Fressen sicher sofort gewittert. Tiefe Klauenspuren. Die Breite deutet auf einen Draconiden hin. Vermutlich ist es ein Wüvern. Aber die Todesursache sind sie nicht. Wahrscheinlich ist die Todesursache, dass er runtergefallen ist. Jetzt hab ich es. Die Kuh ist gestorben, als sie aus großer Höhe auf dem Boden aufschlug. Der Draconide muss sie fallen gelassen haben. Vermutlich ein junges Exemplar, dem die Kuh zu schwer war. Emil hatte Pech, dass er drunter stand. Und dann ist da noch der Kran. Hm. Wo ist denn hier? Ach ja. Blut. Es muss ganz schön gekracht haben. Der Draconide hat die Kuh fallen gelassen, versucht den Flug zu stabilisieren und sich dabei verletzt. Gut. So müsste er einfach zu verfolgen sein. Draconiden-Blut. Winzige Spuren. Ich bin auf der richtigen Fährte. Na, das ist doch schon mal was. Aber diese Kombination, ja. Das war eine ziemlich starke Blutung. Die Wunde muss schwerer gewesen sein, als ich dachte. Riecht wie vergorene Maische. Der Draconide muss eine Brennerei in der Nähe überfallen haben. Bastard. Scheiße. Da explodiert er. Bis er explodiert. Notizen eines Schuhputzers. Das hat ordentlich gekracht, würde ich sagen. Verdammt. Verdammt. Eine halb gefressene Leiche mit Brandspuren? Hm. Definitiv kein Wüvern. Es muss ein Schleimling sein. Die speien Feuer. Oh. Er ist auf dem Dach der Brennerei gelandet. Hat Lärm und Chaos gemacht und ist weitergezogen. Krankenspuren. Hier ist er langgekommen. Wohl zu müde zum Fliegen. War in schlechter Verfassung. Konnte kaum kriechen. Oh. Hier ist ein zweiter Draconide gelandet. Ein größerer. Er hat auf den Kleineren gewartet. Dann sind sie zusammen weggeflogen. Sie müssten ja einfach zu verfolgen sein. Der Kleineren hat freundlicherweise weitergeblutet. Oh je, oh je. Sie sind zusammen weggeflogen. Wohl zum Nest. Hm. Noch eine Kuh. Die ist aber schon viel länger tot. Das war der Schleimling. Wie man an den Klauen und Brandspuren sieht. Hier fühlt er sich wohl sicher. Hier endet die Spur. Da oben ist das Nest. Da würde ich den Hof drauf verwetten. Haben wir jetzt hier irgendwie was? Draconien? Oder Schleimlinge? Einige Bauern boten mir einst eine königliche Summe, wenn ich einen Schleimling töten würde. Der Sack voll Gold war schwer. Doch, ich lehnte ab. Was hilft einem Gold, wenn man tot ist? Ein Schleimling ist kein verdammter Gabelschwanz. Sator. Einer der Haudegen von Grinfried. Schleimlinge werden oft mit Wüvern oder Gabelschwänzen verwechselt. Doch, Obacht. Schleimlinge sind hässliche und ungemein gefährliche Monster. Es ist keine gute Idee, sie mit Wüvern zu verwechseln. Diese können einen untrainierten Mann zwar auch in Sekunden zerreißen und verschlingen, doch nur Schleimlinge können ihn davor auch noch grillen. Äh, Draconienöl, Art und Quennen. So. Geisteröl. Warum habe ich denn da kein besseres? Habe ich gar nicht. Interessant. Vielleicht muss ich da mal gucken, wo ich das finde, wa? Ich habe da irgendwie was. Oh, du kannst nicht speichern. Warum kann ich nicht speichern? Hat der gerade gespeichert? Ah, Mami hat dir also geholfen. Oh, der Sohn vom Schleimlinge schaut vorbei. Oh, ich muss aufpassen. Sehr gut. So, höchste Zeit, eine Trophäe einzusammeln. Die übrigen sind noch nicht geschlüpft. Ich muss das ganze Nest niederbrennen. Das Schlimme ist ja... ...dass man sie töten muss. ...sind auch nur Lebewesen, wisst ihr? Aber das ist typisch ein Mensch. Der Mensch maßt sich an Sachen, die ihm nicht bekommen und nicht in Kram passen. Ich sag mal... ...niederzumachen, wisst ihr? So, hier ist aber noch ein Fragezeichen drunter. Ach, da ist noch eine Höhle. Ort der Macht. Ähm... Was ist denn hier noch alles? Das muss das Zerstörte vor sein, das Lafargue erwähnt hat. Ich sollte mich umsehen. Nee, will ich doch jetzt ja nicht. Nee, wir kommen nochmal zurück. Wir kommen nochmal hier zurück. Hier ist ein Ort der Macht noch in der Nähe, aber... Plötze, du wartest hier. Und in ihrer drin... ...drennt noch mal schnell wie der Wind. Geschwind wie der Wind. Richtung Queste. Und gibt das mal da bei einem Links ab. Oh, jetzt fängt es hier an zu regnen. Obwohl ich sagen muss, hier ist das nicht so schlimm mit dem Regen. Bei uns regnet es, oh... Obwohl es jetzt gerade trocken aussieht. Alter, das sieht einfach nur mal geil aus. Ich liebe dieses... Krasse, das Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich war heute Vormittag... ...wo meine Kartoffeln gekocht haben. Äh, noch schön bei Red Hat Redemption drin... ...und bin einfach nur durch die Gegend geritten. Ein Sturm, verdammt. Einfach nur durch die Gegend geritten. Zwischendurch kam dann mal so eine olle Bande bei. Äh, Bande bei? Bande vorbei? Und da habe ich dann das erste Mal... Ja, die sind dann weggeritten. Ich habe dann hinterher schossen. Und dann sind die angekommen. Die haben die Lumpen lassen, das, ha? Ein geiler Weihwesen. Das hat so ja noch geklappt, so nach langer Zeit. Mit dem Schießen. Das erdet hier. Und, weißt du jetzt, weshalb die Kuh fliegen konnte? Ja, ihr könnt euch wieder an die Arbeit machen. Es war keine Plage der fallenden Kühe. Hab ich doch gleich gesagt. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Sag mal, wieso ist die Kuh denn gefallen? Ein junger Schleimling ist über den Steinbruch geflogen und hat sie fallen lassen. Er wollte sie in sein Nest bringen. Für seine Mutter und seine Geschwister. Von den Monstern werdet ihr nichts mehr hören. Ich habe das Nest samt Eiern eingeäschert. Das war eine kluge Vorkehrung. Aber ich kann dir nur zahlen, was wir vereinbart haben. Mehr habe ich nicht. Hier, nimm dies. Und danke, Meister. Ich komme in einem Monat nochmal vorbei und hole mir den Rest. Das waren immer in zwei Viecher. Mutter und Sohn. Dann ist jetzt alles klar, was? Keine Götter, keine Plage, nur ein Drache. Und der ist auch weg. Wir zahlen Emelswitte für eine Abfindung und das war's. Also, worauf wartet ihr noch? An die Arbeit. Zack, zack. Ich glaube, dass immer noch was faul ist. Was ist mit den Baumeistern, die die Statue zusammensetzen sollten? Vor drei Tagen sollten sie in Ardaizo sein. Und kein Zeichen von ihnen. Sie sind auch erschlagen worden, ich weiß es. Oder gefressen. Oder Heuschrecken haben sie erwischt, wie in Sirikanien. Was soll denn dieser Mist jetzt? Der Architekt hat geschrieben, dass sie sich wegen einer Marmorlieferung aus Metina um eine Woche verspäten. Für den Bart des Propheten. Also haltet jetzt das Mal und fangt an zu arbeiten. Gehen wir ein Stück, Meister. Neuer Auftrag. Ich muss zugeben, das war gelogen. Aber ich kann mir nicht noch eine Panik leisten. Die Baumeister sind wirklich verschwunden. Komm später zu mir, dann erzähle ich dir die Einzelheiten. Freunde der Sonne, große Fußstapfen machen wir in der nächsten Folge. Und wir sehen uns dann hier hoffentlich wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.